Bhagavad-Gita, Vers 3.24 Würde ich aufhören zu arbeiten, gingen alle Welten zugrunde. Auch wäre ich die Ursache für die Erschaffung unerwünschter Bevölkerung und würde dadurch den Frieden aller fühlenden Wesen zerstören. Erklärung Varna-Sankhara bedeutet unerwünschte Bevölkerung, die den Frieden der Gesellschaft stört. Um diese soziale Störung zu vermeiden, gibt es vorgeschriebene Regeln und Regulierungen, durch die die Gesellschaft automatisch friedlich und geordnet werden kann, sodass spiritueller Fortschritt im Leben möglich ist. Wenn Sri Krishna erscheint, richtet er sich natürlich nach solchen Regeln und Regulierungen um das Ansehen und die Notwendigkeit dieser wichtigen Einrichtung zu erhalten. Der Herr ist der Vater aller Lebewesen und wenn die Lebewesen irregeführt werden, ist er indirekt dafür verantwortlich. Immer, wenn die regulierenden Prinzipien von Menschen vernachlässigt werden, erscheint der Herr selbst und berichtigt die Gesellschaft. Obwohl wir dem Beispiel des Herrn folgen müssen, sollten wir uns stets daran erinnern, dass wir ihn nicht imitieren können. Folgen und imitieren befinden sich nicht auf der gleichen Ebene. Krishna trug zum Beispiel in seiner Kindheit den Gowardhan-Hügel auf seinem Finger. Doch wir können den Herrn darin nicht imitieren. Das ist für jeden Menschen unmöglich. Wir müssen seinen Anweisungen folgen, doch wir dürfen ihn niemals imitieren. Das Srimad Bhagavatam bestätigt dies. Man sollte einfach den Anweisungen des Herrn und seiner ermächtigten Diener folgen. All ihre Anweisungen sind für uns vorteilhaft. Und jeder intelligente Mensch wird sich genau nach ihnen richten. Man sollte sich jedoch vor dem Versuch hüten, sie nachzuahmen. Man sollte nicht einen Ozean von Gift austrinken, weil man Shiva imitieren will. Wir sollten immer daran denken, dass die Ishwaras, diejenigen, die tatsächlich die Bewegungen der Sonne und des Mondes kontrollieren können, eine höhere Position einnehmen als wir. Ohne selbst eine solche Macht zu besitzen, können wir nicht die übermächtigen Ishwaras imitieren. Shiva lehrte einen Ozean von Gift. Aber wenn ein gewöhnlicher Mensch versuchen würde, auch nur einen Tropfen dieses Giftes zu trinken, würde er sterben. Es gibt viele Pseudogeweihte Shivas, denen es nur darum geht, Ganja, Marihuana und ähnliche berauschende Drogen zu rauchen und die dabei vergessen, dass sie den Tod herbeirufen, wenn sie in dieser Weise Shiva imitieren. In ähnlicher Weise gibt es einige Pseudogeweihte Shrikrishnas, die den Herrn in seinem Rasalila, seinem Liebestanz, imitieren, aber vergessen, dass sie unfähig sind, den Govardhan-Hügel emporzuheben. Es ist daher das Beste, nicht zu versuchen, die Mächtigen nachzuahmen, sondern einfach ihren Anweisungen zu folgen. Auch sollte man nicht versuchen, ohne Qualifikation ihre Posten einzunehmen. Es gibt bereits viele Inkarnationen Gottes, die nicht die Macht des Höchsten besitzen.